Eines unserer größten Ziele ist es, Einsatzsicherheit zu gewährleisten und dabei Ausfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Daher wurde der Steyr Performance Check ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um eine jährlich durchgeführte technische Inspektion im Ausmaß von drei Stunden. Dabei prüft ein Geschultertechniker alle Bereiche eines Traktors nach den Steuerrichtlinien und das für die ersten drei Jahre nach dem Kauf. Die dabei anfallenden Inspektionskosten übernimmt der Hersteller.